Hallo und Willkommen auf MX5 Roadtrips, dem Kanal für die Bergpässe der Alpen. Gebirge trennen, Bergstraßen verbinden, deswegen geht wohl auch eine gewisse Faszination von ihnen aus. Mich jedenfalls haben in früheren Jahren der Hindukusch und der Himalaya fasziniert, so dass ich mit meinem Freund Wolfgang und einem 2CV Bärenpässe gefahren bin, die über 4000 Meter hoch sind. In späteren Jahren war es dann der Asikrem in der Zentralsahara, ein Teil des Hoga-Gebirges. Als wir Kinder bekamen, sind wir mit dem Mercedes 508 in das Atlasgebirge gefahren und haben dort die Person sicher gemacht. Seit einigen Jahren beschränken sich meine Frau und ich auf die Alpenpässe. Den 2CV aus den früheren Jahren haben wir gegen einen Mazda MX5 eingetauscht. In diesem Video soll es um die 10 höchsten befahrbaren Pässe der Alpen gehen. Genauer gesagt sind es 11, weil sich den Platz 10 zwei Pässe teilen, der Collidei Morti und der Nufenen. Nun hat uns die Pandemie in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung gebracht und ich will das Projekt aber nicht noch ein Jahr aufschieben. Also werden in diesem Video zwei Pässe fehlen, dieser Collidei Morti und die Großrockner Hochalpenstraße. Außerdem hatte ich Drohnenaufnahmen und Neuaufnahme der 360 Grad Kamera geplant. Auch das muss verschoben werden. Trotzdem hoffe ich das Video ist interessant genug geworden und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.